er was geht um heute mann mann nicht umschuldet schon lange was um so stehen 8 Minuten um 9 Minuten allemal andermal das wird Das war's für heute. Wenn du dich fragst, wenn du dich auf Not an kannst, bist du hier genau nicht dich. Los geht's. Why would you just kick that Rebacca? Oh, das war ein bisschen. Okay, das war's für heute. Okay, das war's für heute. Das Leben mit zwei Jobs, einem Immobilienkredit und drei Kindern erinnern. Das verstehe ich nicht. Oh, warte. Alter, ich würde ausdippen. Das war's für heute, man. Brillant. Das hat mir das auch richtig gemacht. Oh, das fiel zu mal. Das war's für heute. Eine einfache Möglichkeit, herauszufinden, wie sehr dein Freund dich liebt. Das war's für heute. Das war's für heute. Noch ein Test. Diesmal aber ein Vertrauenstest. Put it under the ear. Put it under the ear. Under the ear. Was ist das? Bro, are you serious? Was ist das? Was ist das? Was heißt denn? Oh mein Gott! Sehr gut. Das ist noch nicht. Aber dann sieht es gut aus. Wo ist das? Ich vergesse wo es ist. Alright, hier wir go. 1, 2, 3. Oh mein Gott. Für was? Ah! Das ist ein bisschen ein Ding. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, look at mein Freund's Baby! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ein Ding. Gibt es den Mann an den Oscar? Ja, alright, hier. Oh, es ist gut. 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 Der Ur kann bei allem gut an, außer bei dem Mann, der schon eine halbe Stunde lang auf sein Essen wartet. Pops, das viermal. Wahrscheinlich habe ich noch mehr. Also die Situation läuft schon, weil nicht genug wäre. Ich kann es nicht mehr so viel machen. Ich weiß nicht, ich fühle mich, wie die Brüder. Ich kann es nicht mehr so machen. Deshalb ist das hier so billig. Ich kann es nicht mehr so machen. Freaking body is true. Was ist das? Ich habe es nicht mehr so machen. Was ist los? 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 Das kocht. Fisch. Opa, das ist los. Was ist los? Ich hab doch mal grau. Was ist los? Was ist los? Naja, was ist los? Sind die Torrenschimpel oder was? Was ist das? Das ist ein Raccoon! Das ist ein Raccoon! Was ist das? Das ist ein Raccoon! Oh! Das ist ein Raccoon! Ich bin ein Raccoon! Das ist ein Raccoon! Diese Phase auf einer Party, wenn man sich für einen professionellen Tänzer hält. Genau. Ein gewöhnlicher Tag am Washington Square. In der Kinoindustrie bezeichnet man so etwas als einen vielversprechenden Arthausfilm. Ihm wurde beigebracht, keine Müll auf der Straße wegzuwerfen. Das Auto wurde dabei nicht erwähnt. Oh! Ich glaube, das muss das mal putzen. Ein echtes Smartphone kann sogar alleine vloggen. Ich habe vier Mal mitgezählt, was ich gedacht habe. Ja. Wahrscheinlich ist es nicht so gut. Ja. Im Schnitt. Wie auch immer. Ich bedanke mich für das Hose. Ich hoffe euch hat es gefallen. Ja, gebt dem Video ein Like. видos. Ich war mir cena. Und dann schüss. Meine Güte!